Ach, da ist er ja. Ich kann ihn hier sehen. Da ist er schon. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hat er denn den an. Jetzt haben wir hier zu quatschen. Oh. Entschuldigung. Kann man rausschneiden? Nein, aber die anderen wollen das schlecht nicht. Oh Gott, wie er hat sich... Wie geil ist er denn echt hier? Sozial. Immerhin ist man reingestellt. Ich kann nur selber nicht machen. Ich will oben entscheiden. Was machst du nicht? Der Rest wird darum gebrochen zu werden. Okay, as usual, first we're gonna start with the soundcheck. Checking for each microphone separately.